Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Herzlich Willkommen im Salzreich! Bei 24 Tonnen Salz und einer Temperatur von 20 Grad Celsius könnten Sie auf die Idee kommen, zu tanzen, ein Rad zu schlagen, Püretten zu drehen oder auch einen Spagat zu machen. Am besten ist es jedoch, einfach zu entspannen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017